Schönen guten Morgen, hier zurück auf meinem Kanal, endlich mal wieder mit einem neuen Video von mir, wobei morgen für euch wahrscheinlich falsch sein wird, da ich dieses Video am Abend, äh, morgens auf dem Mond, abends hoch anmelde. Nein, in letzter Zeit kamen recht wenig Videos, weil ich einfach nicht zuhause war, ja, und, äh, keine Zeit hatte, sich zu produzieren und so, deswegen, ähm, ja, das ist sehr rund. Ich spiele heute die Aerogun-Mod, mit, scheiße, mit einigen anderen Mods, aber wie ihr seht, wie zum Beispiel der Timber-Mod, der Not Enough Items-Mod, Asgard's Schild und, oder, kann ich euch nächstes Mal zeigen. So, jetzt, uch, ich hab meine Maus heute noch nicht festgestellt, naja, jetzt. So, dann, machen wir das Ganze nochmal, so. Einmal Sticks. So. Dann fangen wir mit einer Axt an. Wegen der Timber-Mod. Genau. Oh, warum hab ich den? So, genau. Ich hoffe, dass wir gleich in der ersten Folge einwürfen. Damit wir, äh, ja, ähm, einen Drachen zugleich kriegen. Leider gibt's momentan in der Axt-Mod noch so eine kleine Bank, dass man, dass die Eier nicht spawnen, teilweise. Falls das in dieser Welt auch so sein wird, werde ich mir einfach ein anderes Drachen einholen, über Not Enough Items. Und ich glaube, ich werde das diese Folge noch nicht hinkriegen. So, jetzt, okay, dann, ob's hier irgendeinen Mitwurf gibt, ähm, da will ich nicht unbedingt hinlaufen. Also, oh, da hinten ist schon eine schöne Village. Das ist doch ehrlich. Da will ich mal hin. So. So, okay. Das sind auch schon mal Schafe, das ist auch ehrlich. Vielleicht krieg ich's diese Folge hin, ich weiß es nicht genau. Muss mal was gucken, ob ich das überhaupt gemacht habe. Scheiße, hab ich's natürlich nicht gemacht. Ähm. Gut. Okay. Na ja. Egal. Dann wird die Vorseite ein bisschen länger. Also, ich will mir erst mal blumen, keine Ahnung, wo es hier geht. Ich guck mal da hinten. Da seh ich irgendwas Rotes. Ich weiß nicht, ob man's auf YouTube auch sehen kann. Aber, gut. Ich guck mal erst mal. Da. Und da hinten auch. Aber die sind dicht da, glaub ich, gerade. Ähm. Ach. Ups. Ja. Ja. Da. Ein used-garab. Ja. So. Du, in Bauer, auszulich, aber. Wie kann man ihm trüben, wie immer. So, dann hol ich mir schonmal die Schafe her. Halt gleich wieder anpflanzen, gehört sich ansonsten nicht. Gut, dann muss ich gleich auch mal was futtern. Okay, dann hol ich mich mal ab und hol ich mich mal ab. So, dann hol ich mich mal ab und hol ich mich mal ab, wie ich das hasse. Schafe her zu ziehen, das ist übrigens so scheiße, wenn die so wunderschön langsam noch mal gehen. Ich mein, ich bin vielleicht ein bisschen schneller als die. Ich werde es nur einmal ausprobieren, ob das Sachen eins bauen, weil beim zweiten Mal passiert da sowieso nicht. Jetzt wird es nicht gesehen. Jut. Und das andere auch. So. Erstmal noch Sand mitnehmen. So. So. Okay, da kann ich jetzt auch schon nicht mehr springen. So. 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 Well ich bin Deb Ortele. However, niu Ich werde von mir normalerweise mit einem gutem Okay Dann haben wir auch wieder mal das letzte Bild Aber jetzt mal gucken So 20 ist nicht gut durch 3-Teilbar Das ist cool Da muss ich mich auf 23 auch nicht Das passt noch besser Wie viel ist das? Das ist voll cool Wobei ich mag Kartoffeln sehr gerne Aber dafür habe ich noch nicht Naja Ich glaube ich habe hier in der Nähe der Dschungel Das ist auch nochmal cool So Okay Dann wähle ich mal Das erste Haus Ich nehme hier Hier kommt man schlecht rein Aber okay Mal ein bisschen Und Ich fühle da was Die Bergbank drunter Sonst nehme ich hier noch ein paar dabei Das ist schön groß So Okay So Ich habe hier schon Die Bergbank drunter Naja Ist ja egal So 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 Das ist nicht 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 Gegen den Abend Das heißt So 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 rein packe ich erstmal alles was ich nicht brauche Und rechts geht einmal Rechts geht So 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 Und dann brauche ich ja natürlich noch Weiß Das muss ich mal auf eins legen Okay Und Dann fände ich mich mal Ein bisschen vom Korb Ganz bisschen Mit dem Schöpfer will ich mich nicht gut anlegen Aber ich kann nochmal schnellere Schake holen Ansonsten Damit ich nachher auch gleich ein Bett machen kann Damit ich nachher auch gleich ein Bett machen kann So schnell wie ich bin So Okay Okay So Okay Okay Also hab ich ja noch gar nicht mehr da Und dann Und dann Und dann Eine 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 Ja, toll. Oh, das ist das. Ich glaube, das hat er auch nicht geschafft. Oh, die Nachmittlung. Bei 200 sind 200. Das ist der. Ich brauche mich ein bisschen weniger. Wenn ich hier richtig brauche. Dann bist du schon wieder. Okay. Das war's. Das ist Leib. Die zwei hat er auch okay. Er ist leib. Es ist glücklich. Oh Gott, es regnet und schneit gerade, aber Schnee ist ja gut, Gott sei Dank, Alter, warum Trifft das Skelett eigentlich jedes Mal, es wäre nur noch cooles für Verfahren, wo meine Sachen sind, wahrscheinlich ist er bei dem Skelett irgendwo, da ist mein Brot, da ist meine Hand, es ist nur noch ein Schwert, da habe ich irgendwas anderes getötet, oder irgendwas aus mich nehmen, ja komm schon, nee, das war jetzt mehr als die normale entfernt, Was ist denn hier, oder was ist das? Ich seh euch doch. So. Ah, dann wollen wir ja noch ein Schwert machen, weil ich brauche ein Skowatt. Also, zack, dann erstmal. So, und, so, und, so, und, so, und, so, und, so. So, und, so, und, so, und, so, und, so, und, so. So, und, so, und, so, und, so. So, und, so, und, so, und, so, und, so, und, so. So, und, so, und, so, und, so, und, so. So, und, so, und so, und, so, und so. und da liegt auch unser zeug wieder ganz rigoros natürlich lederkappe stadt nun naja denn soll ich bis zum nächsten mal ich hoffe aber seid ihr wieder dabei wenn nicht dann schämt euch und stellt euch in die ecke so wie ich die da und tschüss